Und Kygo mit Selena Gomez auch am Start. Nach halber Stunde all eure Lieblingshits am Stück Startschuss gleich nach 19 Uhr hier bei Ostsevelet Radio Mecklenburg-Vorpommern. Du Schatz? Ja? Wusstest du, dass der Seat Ibiza europaweit schon über 5 Millionen Mal verkauft wurde? Was? Hoffentlich ist noch einer da. Alle einsteigen, denn jetzt gibt's Bestseller für Deutschland. Entscheiden Sie sich für ein Seat Ibiza und sichern Sie sich mit den Seat Erlebnispaketen einen Kundenvorteil von bis zu 3.500 Euro. Jetzt bei allen teilnehmenden Seat Partner. Seat. Ob in Dessau, Zwickau oder Görlitz, mit Parship finden Sie den passenden Partner in Ihrer Region. Das ist von Leuten, oder? Mit den Seat Erlebnispaketen bis zu 3.500 Euro Kundenvorteil beim Seat Ibiza. Genau deins. Ebay. Arbeit oder Ausbildung gesucht? Der Jobvote. Und schon geht's los. Webhelp, einer der größten Service-Dienstleister Europas, bietet seinen Kunden exzellenten Kundenservice über sämtliche Kommunikationskanäle und Ländergrenzen hinweg. Werde auch du ein Webhelper und bewirb dich als Berater im telefonischen Kundenservice am Standort Parchim, auch als Neu- oder Quereinsteiger. Keine Panik. Unser Team bereitet dich perfekt auf deinen Arbeitsalltag vor. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Alle infos findest du auch unter wephelp.com. User join your channel. Ah nee, ich hasse das bei dem Handy. Ich darf die Kacke nicht spenden. Na, mir ist das egal. Ich kann auch so gucken. Ich hab damit kein Problem. Ich bin nicht glücklich. Bei Turm im Hanses Center Bentwisch gewinnen Sie vom 18. bis 29. mit nur einem passenden Puzzleteil an den Turmgutschein im Wert von bis zu 100 Euro. Teilnahme ab 18. Nur in Ihrem Turmbaumarkt im Hanses Center Bentwisch. Alles Gute ist hier beisammen. Honda Motorradcenter Rostock. Große Auswahl. Beste Beratung. Top Service. Sicher dir jetzt deinen Führerschein zu schicken. Der F-Streamer auf. Ich hab das nicht. Motorräder oder Holler. Ob mieten oder kaufen, gibt's im Honda Motorradcenter Rostock Gewerbepack Gelsdorf. Wir haben die Küche für ihr Leben. Naumann Ims Küchenvertrieb. Ihr Küchenstudio für Rostock und Umgebung. www.küche-bargishagen.de Jetzt nochmal ran hier, ran hier und mitgemacht. Letzte Honda, letzte Runde der Saison. Aus Zewelle. Petra, Diometrebuck, Vorpommern, Leib. Noch einmal ein Zoom. Du hast Selfmade-Rekord abonniert, ja. Selfmade-Rekord. Es ist 19 Uhr. Hier ist Ostzewelle. Petra, Diometrebuck, Vorpommern. Mit dem Wichtigsten aus unserem Land, Deutschland und der Welt. Massengentest im Kreis Ludwigslust-Parchim. Der Facebook-Killer ist tot. Das Wetter wechselhaft um vier Grad. Guten Abend, ich bin Ina-Maria Kwertkowski. Hasende Frauen aus der Region Wittenburg im Kreis Ludwigslust-Parchim sollen zu einem freiwilligen Test-Test-Test-Test-Test-Test-Test-Test-Test-Test-Test-Test-Test-Test-Test-Test. Der Massen-Gen-Untersuchung wird nach der Mutter eines toten Babys gesucht. Die Leiche des neugeborenen Mädchens war vorgestern. Der wollte mir das spacktisch machen, gestern. Der wollte mir das spacktisch machen, gestern. Ja, vorgestern. 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 Ja, vor zwei Tagen. Gestern war ich bei dir. Na, haben die das verändert? Ja, ich bin hier. Schraubrecht. Auditor. Die Mädchen und Frauen zwischen 15 und 45 Jahren bekommen... Der Regidorf-Maltenstand. ...mit der Bitte um eine freiwillige Speichelprobe. Die Proben werden dann mit der DNA verglichen, die an der Baby-Leistin-Wittenburg gefunden worden. Ich fahre Porsche, du Mercedes. ...aus der Nachrichtenredaktion... Die aktuelle Verkehrsunfall-Statistik liegt vor weniger Tote, aber mehr Unfälle und Verletzte, so die Entwicklung auf unseren Straßen. Fast 57.000 Unfälle hat die Polizei im letzten Jahr gezählt. Alle 10 Minuten kracht es also irgendwo im Land. Jeden Tag gibt es im Schnitt 4 Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen. Außerdem erwischen die Beamten pro Tag 10 Fahrer mit Alkohol und 4 mit Drogen am Steuer. Und das ist heute Abend in Deutschland und der Welt wichtig. Der sogenannte Facebook-Killer ist tot. Wie die Polizei im US-Bundesstaat Pennsylvania twittert, hat sich der gesuchte 37-Jährige nach einer Verfolgungsjagd selbst erschossen. Er hatte am Ostersonntag auf offener Straße einen alten Mann angesprochen und erschossen. Den Mord filmte er mit seinem Handy und hat den Clip dann auf Facebook aufgeladen. Nach dem umstrittenen Sieg von Staatschef Erdogan beim Referendum in der Türkei hat die Regierung jetzt eine Verlängerung des Ausnahmezustands beschlossen. Wenn das Parlament zustimmt und das ist sehr wahrscheinlich, kann Erdogan mindestens bis Mitte Juli weiter per Dekret regieren. Unterdessen hat die größte Produktionspartei die Annulierung des Referendums beantragt. Oh, ich muss heute noch mal kacken gehen. Sehr schön. Als Täter kommen so gut wie alle in Frage. Islamisten, Rechtsextremisten, gewaltbereite Fußballfans und allgemein Krimine. Das ist doch krank. Oh. Der Himmel über uns, der lockert dann aber auch immer mehr auf. Morgen am Mittwoch wieder ein bisschen freundlicher. Sonnen und Wolken gibt es im Mix. Selten noch mal ein paar Schauer in den Vorpommern. Aber weiterhin wichtig ist, dass der Himmel noch bis zu 8 Grad. Das ist 19.3. Hier ist Ostsee, der Liedradio. Mit dem besten Verkehrszeit ist für unser Land. 990 in Seligen zwischen Selina und Circo stockt. Du ist ein bisschen wegen der Baustellenmacht. 1.5 Euro, der Schläger. Nein, ich weiß nicht. Wie ist deine Puerto? Hier ist's, wollte Kl quinz. Ich weiß, dass ich jetztỉige. Das ist halt怎樣. Wir haben noch nicht mit dem Blüten. Es gibt einen Schrauben. Die Welt ist los. Jetzt kommt die Wesenberger Schlossihe-Stadtauswärts. Direkt an der Eisenbahn. Vielleicht bist du nicht mehr, nee. Ja? Jetzt bleib ich drauf. Was war das von vorhin? Was war das? Ich habe nicht mehr Zeit, oder? So, zack. Ja, zack. Ja. Na gut. Angekratzt. Wo sind denn die anderen Panzer hier alle? Ja, ich krieg's immer von da drüben. Anzie, kannst du nicht rumfahren. Ich krieg's immer von da drüben, von der anderen Seite. Aber es kommt bei Tel 6 und dann ist es noch nicht weg. Ja, ich glaube. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ja, die hat uns auch lieb, oder? Tempest. Ja, ja, da steht der Akudier. Der Flachwixer. Fertig, sehr wichtig. Wer verkauft das? Jetzt stellt er sich deine Kanonen hier von meinem Wohnung. Ja, klar. Liegt er da? Oh Ich werde es nicht mehr vorangriffen, ich werde es nicht mehr vorangriffen Wir sind bewegungsunfähig. 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 Wir sind erledigt. Raus hier. Wir sind bewegungsunfähig. Wir sind bewegung.